Freunde, wie ihr wisst ist heute fast Dienstag, ich habe gefühlt den halben Bilder von den Krapfen befreit, alle leer gekauft. Ich werde diese an irgendwelche random Leute austeilen, aber auch an Obdachlose und ich würde sagen, mal sehen was auf mich zukommt, let's go! Krapfen, frische Krapfen... Entschuldigung, ganz kurze Frage, ihr habt mal frische Krapfen gekauft und mich hat die bisher austeilt. Wollt ihr vielleicht die Brüche? Könnt ihr euch gerne ein Außernehmer-Rundsetzen. Oder sonst Einbautkranz, wenn ihr mir nicht vertraut. Die Verpackung des Bars, da nehmt ihr die ganze Brücke bitte. Einfach so ähnlich, halt einfach ein bisschen was Cooles da und ein bisschen was herschenken. Passt, dann tschüss, schönen Tag noch. Holy shit, die haben gar nicht gepackt. Die Menschen ist das einfach nicht gewohnt, dass man einfach sowas geschenkt bekommt, das ist sehr heftig. Zum Glück waren die verpackt, weil die Losen aus dem Sackerl hätten sie auf jeden Fall nicht genommen. Aber ja, sie haben sehr verwundert geschaut, das war sehr witzig. Was versteckst du dich da? Was ist los? Also, du weißt ja heute ist Faschingsdienstag und du kannst jetzt entweder einen Krapfen gewinnen oder eine ganze Packung. Also, wenn du verlierst, bekommst du als Trostpreis einen und wenn du gewinnst, die ganze Packung. Ich werde Stein nehmen. Ich... Dann kannst du alle haben. Dann kann ich alle. Was? Ah! Ey, Stein! Okay, Video abgebrochen. Alle meine bis auf diese sind weg. Und... Hallo, kann ich kurz stehen? Ihr sitzt also gemütlich in der Sonne und ich hab ein bisschen ein paar Krapfen gekauft heute. Weil Faschingsdienst vielleicht welche haben. Hauptsache Selbstlöcher. Okay, passt. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. Okay, ich nehme Stein, okay? Dreimal. Schere Steinpapier, Schere Steinpapier, Schere Steinpapier, Schere Steinpapier, Schere Steinpapier. Wir müssen nochmal, okay? Ich bin jetzt hier in so einem 24 Stunden Store und ich habe überlegt einfach hier eine Packung hinzustellen. Vielleicht bekommt es irgendwer, der sie verdient hat und dadurch, dass die halt zugepackt sind, wird man auch das Vertrauen haben und die halt nehmen. Hier habe ich noch einen Zettel geschrieben. Gratis Krapfen nur heute, den 21. 2. Faschingsdienstag für treue Kunden. Yes. Schere Steinpapier, Steinpapier, 2 zu 0, Schere Steinpapier, sie vertraut mir nicht. Ich vertraue dir nicht. Jetzt. Schere Steinpapier, Schere Steinpapier, Schere Steinpapier, Schere Steinpapier, Schere Nein, warum mache ich das? Es wird zu spannend einfach. Ich kann gar nicht verlieren. Denk an den Preis. 4 Krapfen, Alter. Schere Steinpapier. Was ist mit dir? Schere Steinpapier. Hier der Preis. So, tschüss. Hallo. Ich habe heute ein paar Krapfen gekauft. Du bist bei Fasching, möchtest du vielleicht was essen? Ja. So Krapfen. Willst du haben? Kannst du dir auch zwei nehmen? Oder willst du Nougat? Nougat Krapfen? Ja. Passt. Kannst du dir, oder kannst du alle haben? Passt. Dann einen schönen Tag noch. Tschüss. Wir sind jetzt mittlerweile in der Stadt Salzburg. Die letzten Krapfen. Hallo. Ah, ich habe kein Geld, aber ich habe, wenn du willst, Krapfen zum Essen. Vielleicht kannst du sie auch mit irgendeinem teilen, oder so. Danke. Tschüss. Geschmackstest. Boah. Sehr wild. Irgendwie esse ich Krapfen, nur Fasching. Ich habe mir jetzt noch etwas anderes überlegt, und zwar stehe ich hier vor der Kreuzung. Und ich warte jetzt bis die Ampel rot ist, dann bleiben die Autos kurz stehen. Und dann suche ich halt ein volles Auto, wo am besten auch Kinder dabei sind. Und ich werde ihnen dann die letzte Packung von den Krapfen geben. Somit würde ich sagen, ist das ein sehr schöner Abschluss des Videos. Hallo. Ganz kurze Frage. Ich verteile heute Krapfen. Wolltest du zufällig welche haben? Danke. Deswegen bei Fasching ist entweder Nougat oder Marmelade. Marmelade. Passt. Bitte sagen. Danke. Herzlich zu unserer Eröffnung reinkommen. Passt. Am 4.3. Wobei, du musst nicht. So, siehst du, da muss gehen. Passt du wohl. Ich merke es mir. Es geht super. Passt. Wenn es dir gefallen hat. Das? Ja. Das? Das? Wir sagen, go!